Und hier aus Teilen, die sich abgebildet sehen, aus einer Kulturerbe etwas, das ist die Wohnzüge der Kulturerbe, und dann wird das tatsächliche Leben, das ist hier also das Prallengebiet. Und hier ist es für Sie, der persönliche Umgang, kaufen Sie auch, um den Künstler zu kennen, brauchen Sie diesen persönlichen Kontakt, was bedeutet für Sie, diese persönlichen Kontakte, die Sie ja selbst, die Sie pflegen, ja, ich pflege Sie automatisch. Und hier ist es für Sie, der Kulturerbe, der Kulturerbe, der Kulturerbe. Und hier ist es für Sie, der Kulturerbe, der Kulturerbe, der Kulturerbe, der Kulturerbe. Und hier ist es für Sie, der Kulturerbe, der Kulturerbe. Und hier ist es für Sie, der Kulturerbe. Und hier ist es für Sie, Sie haben den Kulturerbe, gott Sie ja auch, ich kann nachvollziehen, ja, aber Sie haben festgestellt, dass Sie самый Blick, dass Jesus ein Baby Nolly Jane, hör auf zu träumen. Willst du eine berühmte Künstlerin sein? Dann gehorche mir. Du hast sieben Minuten und 59 Sekunden. Mach dich sexy und attraktiv. Gut. Mal ein Bild. Gut. Mal ein Bild. Schneller, schneller. Gut. Geh damit zur Kunstakademie. Gut. Geh damit zur Kunstakademie. Nein. Das ist nur eine kleine Galerie. Ja. Das ist die Kunstakademie. Ja. Das ist die Kunstakademie. Lerne die richtigen Knöpfe zu drücken. Lerne die richtigen Knöpfe zu drücken. Sei nett zum Rektor und zeig ihm dein Bild. Sei nett zum Rektor und zeig ihm dein Bild. Gut. Gut. Ich habe Pawaloo gå mit vorgemässig auf. Ja. Das ist die Kunstakademie. Ja. Das ist die Kunstakademie. Informiere dich. Informiere dich. Informiere dich. Nein das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. So ist's gut. Schon besser. Und nun, geh in den Kunsttempel. Geh in den Kunsttempel. Los, geh rein. Geh rein. Beeil dich. Beeil dich. Du hast nur noch 5 Minuten und 14 Sekunden. Schneller. Schau auf alle alten Meister. Nicht so langsam. Ich bin langsam. Das ist nicht wichtig. Ich bin langsam. Schneller. Beeil dich. Nein, das ist nur ein Vorhang. Du hast keine Zeit. Keine Zeit. Schneller, schneller. Gut. Nimm das Geld mit. Du wirst es brauchen für deine Karriere. Deine Karriere? Nicht geben. Nicht geben. Nehmen. Nimm es. Und nun? Geh zur Party. Geh zur Party. Geh zur Party. Geh zur Party. Du kannst trinken, aber nicht mehr schlafen. Aber nicht mehr schlafen. Du hast nur noch 2 Minuten und 59 Sekunden. Geh jetzt in das Museum für Moderne Kunst. Moderne Kunst. Lerne genau die zeitgenössischen Meister kennen. Geh weiter. Geh weiter. Geh jetzt rein. Nein. Das ist nicht die Ausstellung. Das ist der Museumsshop. Ja. Das ist die Ausstellung. Das gefällt dir. Geh in den Lift. Nimm die Karte. Geh zum Künstlergespräch. Künstlergespräch. Mit dem New Yorker Maler Star. Sitzt nicht einfach rum. Mach eine sexy und provokante Performance. Sexy und provokant. Sexy und provokant. Aber zuerst ändere deinen Namen. Geh. Mein Name ist Daddy Dordi Jane. Daddy Dordi Jane, mach die sexy und provokant Performance. Jetzt. Jetzt! Du grter in deinem Weg, Williams. Jag Dietl! Ich w roman, ich . Ich warte mir! Ich warte mir! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich seh Betty Dolly J nur noch im Fernsehen. Ich mein, das Plakat muss. Letzten Damsbrief of Art, eine Sendung über Betty Dolly J. Ich mein, das Plakat als wahre Wahnsinn. Ja, das wird auch so. Mensch, deine Töne dazu! Ich bin jetzt noch weiter. So, danke. Sie wollen Betty Dolly Janes Werke kaufen? Da kommen sie zu spät. Ein Tankstellenausrüst aus Hamburg. Ich weiß den Namen nicht mehr. Wer hat schon alles von Betty Dolly Jane gekauft? Im Centre Pompidou findet eine Ausstellung mit Betty Dolly Janes Werken aus einer Saumstadt. Die Ausstellung in London bei Charles Saatchi habe ich nicht gesehen. Betty Dolly Jane hing ja zum Schluss nur noch mit ihren Künstlerfreunden rum. So viel ich weiß, ist Betty Dolly Jane gerade in New York. Der einflussreichste Galerist auf der ganzen Welt. Betty Dolly Jane hat ihn über einen Maler kennengelernt. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu Betty Dolly Jane. Mehr? Sie wollen noch mehr von Betty Dolly Jane? Betty Dolly Jane ist nun im Land der unbegrenzten Möglichkeiten angekommen. Doch die technischen Möglichkeiten meines alten Computers haben ihre Grenze erreicht. Sobald ich genug Geld habe für etwas Besseres, werde ich die Geschichte auf jeden Fall beid... Thank you, Charlie.